Heute Georg Büchner, Wojtzeck. Lese- und Bühnenfassung. Die Person. Franz Wojtzeck, Marie, Hauptmann, Doktor, Tambour-Major, Unteroffizier, Andres, Margret, Ausrufer vor einer Bude, Marktschreier im Inneren der Bude, alter Mann, der zum Leiterkasten singt, Kind, das tanzt, der Jude, Wirt, erster Handwerksbursch, zweiter Handwerksbursch, Karl, ein Idiot, Käthe, Großmutter, erstes Kind, zweites Kind, drittes Kind, erste Person, zweite Person, Gerichtsdiener, Arzt, Richter, Soldaten, Studenten, Burschen, Mädchen und Kinder. 1. Freies Feld, die Stadt in der Ferne. Wojtzeck und Andres schneiden Stöcke im Gebüsch. Wojtzeck. Ja, Andres, den Streif da über das Gras hin, da rollt abends der Kopf, es hob ihn einmal einer auf, er meint, es wär ein Igel. Drei Tag und drei Nächte und er lag auf den Hobelspänen. Leise. Andres, das waren die Freimaurer. Ich hab's, die Freimaurer, still. Andres singt. Saßen dort zwei Hasen, fraßen ab das grüne, grüne Gras. Wojtzeck. Still. Es geht was. Andres, fraßen ab das grüne, grüne Gras, bis auf den Rasen. Wojtzeck. Es geht hinter mir, unter mir, stampft auf den Boden. Hohl, hörst du? Alles hohl da unten, die Freimaurer. Andres. Ich fürcht mich. Wojtzeck. Es ist so kurios still. Man möchte den Atem halten. Andres. Andres. Was? Wojtzeck. Red was, starrt in die Gegend. Andres. Wie hell. Ein Feuer fährt um den Himmel und ein Getös herunter wie Posaunen. Wie es heraufzieht. Fort. Sieh nicht hinter dich. Reißt ihn ins Gebüsch. Andres. Nach einer Pause. Wojtzeck. Hörst du's noch? Wojtzeck. Still. Alles still. Als wär die Welt tot. Andres. Hörst du? Sie trommeln drin. Wir müssen fort. Zwei. Die Stadt. Marie mit ihrem Kind am Fenster. Margret. Der Zapfenstreich geht vorüber. Der Tambourmajor voran. Marie. Das Kind wippend auf dem Arm. He, Bub. Sararara. Hörst du? Da komme sie. Margret. Was ein Mann. Wie ein Baum. Marie. Er steht auf seinen Füßen wie ein Löw. Tambourmajor grüßt. Margret. Ei. Was freundliche Auge. Nachbarin. Sowas ist man ihr nicht gewöhnt. Marie singt. Soldaten. Das sind schöne Bursch. Margret. Ihre Auge glänzte ja noch. Marie. Und wenn? Trag sie ihre Auge zum Jud und lass sie sie putze. Vielleicht glänze sie noch, dass man sie für zwei Knöpfe verkaufe könnt. Margret. Was sie? Sie? Frau Jungfer. Ich bin eine unnette Person. Aber sie? Sie guckt siebe Paar lederne Hose durch. Marie. Luder. Schlägt das Fenster zu. Komm, mein Bub. Was die Leute wollen. Bist doch nur in Arm Hurenkind und machst deiner Mutter Freude mit deinem unehrliche Gesicht. Sasa singt. Mädel, was fängst du jetzt an? Hast ein Kleinkind und kein Mann. Ei, was frag ich danach? Sing ich die ganze Nacht. Hajo Popayo. Mein Bub. Juche. Gib mir kein Mensch nix dazu. Hansel. Spann deine sechs Schimmel an. Gib ihn zu Fresse aufs Neu. Kein Haber fresse sie. Kein Wasser saufe sie. Lauter kühle Wein muss es sein. Juche. Lauter kühle Wein muss es sein. Es klopft am Fenster. Marie. Wer da? Bist du's, Franz? Komm herein. Woizzeck. Kann nit. Muss zum Verles. Marie. Was hast du, Franz? Woizzeck geheimnisvoll. Marie. Es war wieder was. Viel steht nicht geschrieben. Und sie? Da ging ein Rauch vom Land. Wie der Rauch vom Ofen? Marie. Mann! Woizzeck. Es ist hinter mir gegangen, bis vor die Stadt. Was soll das werden? Marie. Franz. Woizzeck. Ich muss fort. Er geht. Marie. Der Mann. So vergeistert. Er hat sein Kind nicht angesehen. Er schnappt noch über mit den Gedanken. Was bist so still, Bub? Fürchst dich? Es wird so dunkel. Man meint, man wär blind. Sonst scheint doch als die Laternen herein. Ich halt's nicht aus. Es schauert mich. Geht ab. 3. Buden, Lichter, Volk. Alter Mann. Der zum Leierkasten singt. Kind, das tanzt. Auf der Welt ist kein Bestand. Wir müssen alle sterben. Das ist uns wohl bekannt. Marie. Hi, Hopsa. Woizzeck. Arm Mann. Alter Mann. Arm Kind. Jung Kind. Sorgen und Fest. Hi, Marie. Soll ich dich? Marie. Ein Mensch muss auch der Narr vom Verstand sein. Damit er sagen kann. Narrisch Welt. Schön Welt. Ausrufer vor einer Bude. Vor einer Bude. Meine Herren. Meine Herren. Sehen Sie die Kreatur. Wie sie Gott gemacht. Nix. Gar nix. Sehen Sie jetzt die Kunst. Geht aufrecht. Hat Rock und Hosen. Hat ein Säbel. Ho. Mach Kompliment. So bist Baron. Gib Kuss. Er trompetet. Wicht ist musikalisch. Meine Herren. Meine Damen. Hier sind zu sehen das astronomische Pferd und die kleine Kanai-Vogel. Sind Liebling von alle Potentate Europas und Mitglied von alle gelehrte Sozietät. Verkündige dir Leute alles, wie alt, wie viel Kinder. Was für Krankheit. Schießt pistollos. Stellt sich auf ein Bein. Alles Erziehung. Habe nur eine vierche Vernunft. Oder vielmehr eine ganz vernünftige Fähigkeit. Ist kein Vieh dummes Individuum. Wie viel Personen. Das verehrliche Publikum. Abgerechnet. Herein. Es wird sein. Die Repräsentation. Das Commencement. Vom Commencement. Wird sogleich nehmen. Sein Anfang. Sehen Sie die Fortschritte der Zivilisation. Alles schreitet fort. Ein Pferd. Ein Aff. Ein Kanai-Vogel. Der Aff ist schon ein Soldat. Es ist noch nicht viel. Unters Stuf von menschliche Geschlecht. Die Repräsentation. Anfang. Man magt Anfang von Anfang. Es wird sogleich sein. Das Commencement von Commencement. Woizek. Willst du? Marie. Meinetwege. Das muss schön Dings sein. Was der Mensch Quasten hat. Und die Frau hat Hosen. Unteroffizier. Tambourmajor. Unteroffizier. Halt jetzt. Siehst du sie? Was ein Weibsbild. Tambourmajor. Teufel. Zum Fortpflanzen. Von Cure Assier Regimenta. Und zur Zucht von Tambourmajors. Unteroffizier. Wie sie den Kopf trägt. Man meint. Das schwarze Haar. Müsst sie abwärts ziehen. Wie ein Gewicht. Und Auge. Schwarz. Tambourmajor. Als ob man in einen Ziehbrunnen oder zu einem Schornstein hinabguckt. Fort hintedrein. Marie. Was Lichter. Mein Auge. Woizek. Ja. Der Brandwein. Ein Fass Schwarzkatze. Mit feurige Auge. Hai. Was'n Abend. Das Innere der Bude. Magtschreier. Zeig dein Talent. Zeig deine vierische Vernünftigkeit. Beschäm die menschliche Sozietät. Meine Herren. Dies Tier, das sie da sehen. Schwanz am Leib. Auf sei vier Hufe. Ist Mitglied von alle gelehrte Sozietät. Ist Professor an unserer Universität, wo die Studente bei ihm reiten und Schlage lerne. Das war einfacher Verstand. Denk jetzt mit der Doppelte Raison. Was machst du, wann du mit der Doppelte Raison denkst? Ist unter der gelehrten Sozietät dein Esel? Der Gauschel den Kopf. Sehen sie jetzt die Doppelte Raison? Das ist Vieh-Sionom-Sionomik. Ja. Das ist kein Vieh. Du musst Individuum. Das ist eine Person. Ein Mensch. Ein tierisch Mensch. Und doch ein Vieh. Ein Bett. Das Pferd führt sich ungebührlich auf. So beschämt die Sozietät. Sehen sie, das Vieh ist noch Natur. Unideale Natur. Lernen sie bei ihm. Fragen sie den Arzt. Es ist höchst schädlich. Das hat geheißer. Mensch, sei natürlich. Du bist geschaffe Staub, Sand, Dreck. Willst du mehr sein als Staub, Sand, Dreck? Sehen sie, was Vernunft. Es kann rechnen. Und kann doch nicht an der Finger herzählen. Warum? Kann sich nur nicht Ausdrücke, nur nicht explizieren. Ist ein verwandelter Mensch. Sagt den Herrn. Wie viel Uhr es ist. Wer von den Herren und Damen hat eine Uhr? Eine Uhr? Unteroffizier. Eine Uhr. Zieht großartig und gemessen die Uhr aus der Tasche. Da, mein Herr. Marie. Das muss ich sehen. Sie klettert auf den ersten Platz. Unteroffizier hilft ihr. Vier. Kammer. Marie sitzt. Ihr Kind auf dem Schoß. Ein Stückchen Spiegel in der Hand. Marie bespiegelt sich. Was die Steine glänze. Was sind's für? Was hat er gesagt? Schlafbub. Drückt die Auge zu. Fest. Das Kind versteckt die Augen hinter den Händen. Noch fester. Bleib so. Still oder er holt dich. Singt. Mädel, mach's ladel zu. Es kommt ihr Zigeuner-Buh. Führt dich an deiner Hand. Fort ins Zigeunerland. Spiegelt sich wieder. Es ist gewiss Gold. Unseins hat nur ein Eckchen in der Welt und ein Stückchen Spiegel. Und doch habe ich einen so roten Mund als die großen Madamen mit ihren Spiegeln von oben bis unten und ihren schönen Herren, die ihnen die Hände küssen. Ich bin nur ein arm Weibsbild. Das Kind richtet sich auf. Still, Bub. Die Auge zu. Das Schlafengelchen. Wie's an der Wand läuft. Sie blinkt mit dem Glas. Die Auge zu. Oder es ist dir hinein. Dass du blind wirst. Wojzeck tritt herein. Hinter sie. Sie fährt auf mit den Händen nach den Ohren. Wojzeck. Was hast du? Marie. Nix. Wojzeck. Unter deinen Fingern glänzt's ja. Marie. Ein Ohrringlein. Hab's gefunden. Wojzeck. Ich hab so noch nix gefunden. Zwei auf einmal. Marie. Bin ich ein Mensch? Wojzeck. Es ist gut, Marie. Was der Bub schläft. Greif ihm unters Ärmchen. Der Stuhl drückt ihn. Die hellen Tropfen stehen ihm auf der Stirn. Alles Arbeit unter der Sonne. Sogar Schweiß im Schlaf. Wir arme Leute. Da ist wieder Geld, Marie. Die Löhnung. Und was von meinem Hauptmann? Marie. Gott vergelt's, Franz. Wojzeck. Ich muss fort. Heute Abend, Marie. Adis. Marie. Allein nach einer Pause. Ich bin doch ein schlecht Mensch. Ich könnt mich erstechen. Ach, was Welt. Geht doch alles zum Teufel. Mann und Weib. Fünf. Der Hauptmann. Wojzeck. Hauptmann auf einem Stuhl. Wojzeck rasiert ihn. Hauptmann. Langsam, Wojzeck. Langsam. Eins nach dem anderen. Er macht mir ganz schwindelig. Was soll ich dann mit den zehn Minuten anfangen, die er heutzutage früh fertig wird? Wojzeck. Bedenk, er hat noch seine schöne 30 Jahre zu leben. 30 Jahre. Macht 360 Monate. Und Tage, Stunden, Minuten. Was will er denn mit der ungeheuren Zeit all anfangen? Teil er sich ein, Wojzeck. Wojzeck. Jawohl, Herr Hauptmann. Hauptmann. Es wird mir ganz Angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit denke. Beschäftigung, Wojzeck. Beschäftigung. Ewig, das ist ewig. Das ist ewig. Das siehst du ein. Nun ist es aber wieder nicht ewig. Und das ist ein Augenblick. Ja, ein Augenblick. Wojzeck. Es schaudert mich, wenn ich denke, dass sich die Welt in einem Tag herumdreht. Was ne Zeitverschwendung. Wo soll das hinaus? Wojzeck. Ich kann kein Mühlrad mehr sehen. Oder ich werd melancholisch. Wojzeck. Jawohl, Herr Hauptmann. Hauptmann. Wojzeck. Er sieht immer so verhetzt aus. Ein guter Mensch tut das nicht. Ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat. Red er doch was, Wojzeck. Was ist heut für Wetter? Wojzeck. Schlimm, Herr Hauptmann. Schlimm. Wind. Hauptmann. Ich spür's schon. Es ist so was Geschwindes draußen. So ein Wind macht mir den Effekt wie eine Maus. Pfiffig. Ich glaub, wir haben so was aus Süd-Nord. Wojzeck. Jawohl, Herr Hauptmann. Hauptmann. Ha ha ha. Süd-Nord. Ha ha ha. Oh, er ist dumm. Ganz abscheulich dumm. Gerührt. Wojzeck. Er ist ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Aber mit Würde. Wojzeck. Er hat keine Moral. Moral das ist, wenn man moralisch ist, versteht er. Er ist ein gutes Wort. Er hat ein Kind ohne den Segen der Kirche, wie unser Hocherwürdiger, Herr Garnisons Prediger sagt. Ohne den Segen der Kirche. Es ist nicht von mir. Wojzeck. Herr Hauptmann. Der liebe Gott wird den armen Wurm nicht drum ansehen, ob das Amen darüber gesagt ist, ehe er gemacht wurde. Der Herr sprach. Lasset die Kindlein zu mir kommen. Hauptmann. Was sagt er da? Was ist das für eine kuriöse Antwort? Er macht mich ganz konfus mit seiner Antwort. Wenn ich sag er, so meine ich ihn. Ihn. Wojzeck. Wir arme Leute, sehen Sie, Herr Hauptmann, Geld, Geld. Wer kein Geld hat, da setzt einmal einer seinesgleichen auf die Moral in die Welt. Man hat auch sein Fleisch und Blut. Unseins ist doch einmal unselig in der und der anderen Welt. Ich glaub, wenn wir in Himmel kämen, so müssten wir donnern helfen. Hauptmann. Wojzeck. Er hat keine Tugend. Er ist kein tugendhafter Mensch. Fleisch und Blut. Wenn ich am Fenster lieg, wenn's geregnet hat und den weißen Strümpfen so nachsehe, wie sie über die Gassen springen, verdammt, Wojzeck, da kommt mir die Liebe. Ich hab auch Fleisch und Blut. Aber Wojzeck, die Tugend, die Tugend. Wie sollte ich dann die Zeit herumbringen? Ich sag mir immer, du bist ein tugendhafter Mensch. Gerührt. Ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Wojzeck. Ja, Herr Hauptmann, die Tugend. Ich hab's noch nicht so aus. Sehen Sie, wir gemeine Leute, das hat keine Tugend. Es kommt einem nur so die Natur. Aber wenn ich ein Herr wär und hätt ein Hut und eine Uhr und eine Anglais und könnt vornehm reden. Ich wollt schon tugendhaft sein. Es muss was Schöns um die Tugend, Herr Hauptmann. Aber ich bin ein armer Kerl. Hauptmann. Gut, Wojzeck. Du bist ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Aber du denkst zu viel. Das zerrt. Du siehst immer so verhetzt aus. Der Diskurs hat mich ganz angegriffen. Geh jetzt und renn nicht so. Langsam. Hübsch langsam die Straße hinunter. 6. Kammer. Marie. Tambour-Major. Tambour-Major. Marie. Marie, ihn ansehend mit Ausdruck. Geh einmal vor dich hin. Über die Brust wie ein Rind und ein Bart wie ein Löw. So ist keiner. Ich bin stolz vor allen Weibern. Tambour-Major. Wenn ich am Sonntag erst den großen Federbusch hab und die weiße Handschuh. Donnerwetter. Marie. Der Prinz sagt immer, Mensch, er ist ein Kerl. Marie, spöttisch. Ach was. Tritt vor ihn hin. Mann. Tambour-Major. Und du bist auch ein Weibsbild. Saperment. Wir wollen eine Zucht von Tambour-Majors anlegen. He. Er umfasst sie. Marie. Verstimmt. Lass mich. Tambour-Major. Wildtier. Marie. Heftig. Rühr mich an. Tambour-Major. Sieht dir der Teufel aus den Augen? Marie. Meinetwegen. Es ist alles eins. 7. Auf der Gasse. Marie. Woizek. Woizek sieht sie starr an. Schüttelt den Kopf. Hm. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Oh, man müsst sehen. Man müsst's greifen können mit Fäusten. Marie. Verschüchtert. Was hast du, Franz? Du bist hirnwütig, Franz. Woizek. Eine Sünde so dick und so breit. Es stinkt, dass man die Engelchen zum Himmel hinaus rauchen könnt. Du hast einen roten Mund, Marie. Keine Blase drauf? Adieu. Marie. Du bist schön wie die Sünde. Kann die Tödsünde? Totsünde so schön sein? Marie. Franz, du rätst im Fieber. Woizek. Teufel. Hat er da gestande? So, so? Marie. Die, weil der Tag lang und die Welt alt ist, können viele Menschen an einem Platz stehen, eine nach dem anderen. Woizek. Ich hab ihn gesehen. Marie. Man kann viel sehen, wenn man zwei Auge hat und man nicht blind ist und die Sonne scheint. Woizek. Mit diesen Augen. Marie. Keck. Und wenn auch. Acht. Beim Doktor. Woizek. Der Doktor. Doktor. Was erlebe ich, Woizek? Ein Mann von Wort. Woizek. Was denn, Herr Doktor? Doktor. Ich hab's gesehen, Woizek. Er hat auf die Straße gepisst. An die Wand gepisst wie ein Hund. Und doch zwei Groschen täglich. Woizek. Das ist schlecht. Die Welt wird schlecht. Sehr schlecht. Woizek. Dem Willen unterworfen ist? Die Natur. Woizek. Der Mensch ist frei. In dem Menschen verklärt sich die Individualität zur Freiheit. Den Hahn nicht halten können. Schüttelt den Kopf. Legt die Hände auf den Rücken und geht auf und ab. Hat er schon seine Erbsen gegessen, Woizek? Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft. Ich sprenge sie in die Luft. Harnstoff 0,10. Salzsauers Ammonium. Hyperoxidul. Woizek. Muss er nicht wieder pissen? Gehe einmal hinein und probiere es. Woizek. Ich kann nie, Herr Doktor. Doktor mit Affekt. Aber an die Wand pissen. Ich hab's schriftlich. Den Akkor in der Hand. Ich hab's gesehen. Mit diesen Augen gesehen. Ich steck grad die Nase zum Fenster hinaus. Und liest die Sonnenstrahlen hineinfallen. Um das Niesen zu beobachten. Tritt auf ihn los. Nein, Woizek. Ich ärgere mich nicht. Ärger ist ungesund. Ist unwissenschaftlich. Ich bin ruhig. Ganz ruhig. Mein Puls hat seine gewöhnliche 60. Und ich sag's ihm mit der größten Kaltblütigkeit. Behüte. Wer wird sich über einen Menschen ärgern? Einen Menschen. Wenn es noch ein Proteus wäre, der einem krepiert. Aber er hätte doch nicht an die Wand pissen sollen. Woizek. Sehen Sie, Herr Doktor. Manchmal hat einer so einen Charakter. So eine Struktur. Aber mit der Natur ist was anders. Sehen Sie. Mit der Natur. Er kracht mit den Fingern. Das ist sowas. Wie soll ich doch sagen? Zum Beispiel. Doktor. Woizek. Er philosophiert wieder. Woizek. Vertraulich. Herr Doktor. Haben Sie schon was von der doppelten Natur gesehen? Wer die Sonne in Mittag steht und es ist, als ging die Welt in Feuer auf? Hat schon eine fürchterliche Stimme zu mir gerät? Doktor. Woizek. Er hat eine Aberatio. Woizek. Legt den Finger an die Nase. Die Schwämme. Herr Doktor. Da. Da steckt's. Haben Sie schon gesehen? In was für Figuren die Schwämme auf dem Boden wachsen? Wer das lesen könnte? Doktor. Woizek. Er hat die schönste Aberatio mentalis partialis. Die zweite Spezies. Sehr schön ausgeprägt. Woizek. Er kriegt Zulage. Zweite Spezies. Fixe Idee. Mit allgemein vernünftigem Zustand. Er tut noch alles wie sonst. Rasiert sein Hauptmann? Woizek. Jawohl. Doktor. Ist sei Erbse? Woizek. Immer ordentlich, Herr Doktor. Das Geld für die Menage kriegt meine Frau. Doktor. Tut sei Dienst? Woizek. Jawohl. Doktor. Er ist ein interessanter Kasus. Subjekt. Woizek. Er kriegt Zulag. Halt er sich brav. Zeig er sei Puls. Ja. Neun. Straße. Hauptmann. Doktor. Hauptmann keucht die Straße herunter. Hält an. Keucht. Sieht sich um. Hauptmann. Herr Doktor. Die Pferde machen mir ganz Angst. Wenn ich denke, dass die armen Bestien zu Fuß gehen müssen. Rennen sie nicht so. Rudern sie mit ihrem Stock nicht so in der Luft. Sie hetzen sich ja hinter dem Tod dreien. Ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat. Geht nicht so schnell. Ein guter Mensch. Er erwischt den Doktor am Rock. Herr Doktor, erlauben Sie, dass ich ein Menschenleben rette. Sie schießen. Herr Doktor. Ich bin so schwermütig. Ich habe so was Schwärmerisches. Ich muss immer weinen, wenn ich meinen Rock an der Wand hängen sehe. Da hängt er. Doktor. Hm. Aufgedunsen. Fett. Dicke Hals. Apoplektische Konstitution. Ja, Herr Hauptmann. Sie können eine Apoplexia Cerebralis kriegen. Sie können sie aber vielleicht auch nur auf der einen Seite bekommen. Und dann auf der einen gelähmt sein. Oder aber sie können im besten Fall geistig gelähmt werden. Und nur vorvegetieren. Das sind so ungefähr ihre Aussichten auf die nächsten vier Wochen. Übrigens kann ich sie versichern, dass sie einen von den interessanten Fällen abgeben. Und wenn Gott will, dass ihre Zunge zum Teil gelähmt wird, so machen wir die unsterblichsten Experimente. Hauptmann. Herr Doktor. Erschrecken Sie mich nicht. Es sind schon Leute am Schreck gestorben. Am bloßen hellen Schreck. Ich sehe schon die Leute mit den Zitronen in den Händen. Aber sie werden sagen, er war ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Teufel, Sargnagel. Doktor hält ihm den Hut hin. Was ist das, Herr Hauptmann? Das ist Hohlkopf. Hauptmann. Macht eine Falte. Was ist das, Herr Doktor? Das ist Einfalt. Doktor. Ich empfehle mich, geehrter Herr Ex. Exerzier, Sargel. Hauptmann. Gleichfalls. Bester Herr Sargnagel. Woizek kommt die Straße heruntergerannt. Hauptmann. Hey Woizek. Was hetzt er so an? Uns vorbei. Bleib er doch, Woizek. Er läuft ja wie ein offenes Rasiermesser durch die Welt. Man schneit sich an ihm. Er läuft, als hätte er ein Regiment Kastrierte zu rasieren und wird gehängt über dem letzten Haar, noch vorm Verschwinden. Aber über die langen Bärte, was wollte ich doch sagen? Woizek. Die langen Bärte. Doktor. Ein langer Bart unter dem Kinn. Schon Plinius spricht davon. Man muss den Soldaten abgewöhnen. Du. Du. Hauptmann fährt fort. Hä? Über die langen Bärte? Wie ist Woizek? Hat er noch nicht ein Haar aus einem Bart in einer Schüssel gefunden? Hä? Er versteht mich doch. Ein Haar von einem Menschen. Vom Bart eines Sapeur. Eines Unteroffiziers. Eines. Eines Tambour-Major. Hey Woizek. Aber er hat eine brave Frau. Geht ihm nicht wie anderen. Woizek. Jawohl. Was wollen Sie sagen, Herr Hauptmann? Hauptmann. Was der Kerl ein Gesicht macht. Muss nun auch nicht in der Suppe sein. Aber wenn er sich eilt und um die Ecke geht, so kann er vielleicht noch auf paar Lippen eins finden. Ein paar Lippen, Woizek. Ich habe auch die Liebe gefühlt, Woizek, Kerl. Er ist ja kreideweiß. Woizek. Herr Hauptmann. Ich bin ein arm Teufel und habe sonst nichts auf der Welt, Herr Hauptmann. Wenn Sie Spaß machen. Hauptmann. Spaß. Ich. Das Dich Spaß, Kerl. Doktor. Den Puls, Woizek. Den Puls. Klein. Hart, hüpfend, unregelmäßig. Woizek. Herr Hauptmann. Die Erde ist höllenheiß. Mir eiskalt. Eis kalt. Die Hölle ist kalt. Wollen wir wetten. Unmöglich. Mensch. Mensch. Unmöglich. Hauptmann. Kerl. Will er erschossen werden? Will. Er ein paar Kugeln vor dem Kopf haben. Er sticht mich mit seinen Augen. Und ich mein's gut mit ihm. Weil er ein guter Mensch ist. Woizek. Ein guter Mensch. Doktor. Gesichtsmuskeln starr. Gespannt. Zuweilen hüpfend. Haltung aufgerichtet. Gespannt. Woizek. Ich geh. Es ist viel möglich. Der Mensch. Es ist viel möglich. Wir haben schön Wetter, Herr Hauptmann. Sehen Sie. So einen schönen, festen, groben Himmel. Man könnte Lust bekommen. Ein Kloben hineinzuschlagen. Und sich da ranzuhänge. Nur wegen des Gedankenstrichels. Zwischen Ja und wieder Ja und Nein. Herr. Herr Hauptmann. Ja und Nein? Ist das Nein am Ja oder das Ja am Nein schuld? Ich will drüber nachdenken. Geht mit breiten Schritten ab. Erst langsam. Dann immer schneller. Doktor. Schießt ihm nach. Phänomen. Woizek. Zu Lage. Hauptmann. Mir wird ganz schwindelig von den Menschen. Wie schnell der lange Schlängel greift aus. Es läuft der Schatten von einem Spinnenbein. Und der kurze, das zuckelt. Der lange ist der Blitz und der kleine der Donner. Haha. Hinterdrein. Grotesk. Grotesk. Zehn. Die Wachstube. Woizek. Andres. Andres singt. Frau Wirthin hat ne brave Magd. Sie sitzt im Garten Tag und Nacht. Sie sitzt in ihrem Garten. Woizek. Andres. Andres. Nu. Woizek. Schön Wetter. Andres. Sonntags Sonnenwetter. Musik vor der Stadt. Vorhin sind die Weibsbilder hinaus. Die Menschen stampfe. Dampfe. Das geht. Woizek. Unruhig. Tanz Andres. Sie tanze. Andres. Im Rössel und im Stern. Woizek. Tanz Tanz. Andres. Meinet Wege. Sie sitzt in ihrem Garten. Bis dass das Glöcklein zwölf steckt. Und pass auf die Soldaten. Woizek. Andres. Ich hab keine Ruhe. Andres. Narr. Woizek. Ich muss hinaus. Es dreht sich mir vor den Augen. Tanz Tanz. Was die heiße Hände habe. Verdammt Andres. Andres. Was willst du? Woizek. Ich muss fort. Andres. Mit dem Mensch. Woizek. Ich muss hinaus. Es ist so heiß dahi. Elf. Wirtshaus. Die Fenster offen. Tanz. Bänke vor dem Haus. Bursche. Erster Handwerksbursch. Ich hab ein Hemdlein an. Das ist nicht mein. Meine Seele stinkt nach Brandewein. Zweiter Handwerksbursch. Bruder, soll ich dir aus Freundschaft ein Loch in die Natur machen? Vorwärts. Ich will ein Loch in die Natur machen. Ich bin auch ein Kerl, du weißt. Ich will ihm alle Flö am Leib totschlagen. Erster Handwerksbursch. Meine Seele. Meine Seele stinkt nach Brandewein. Selbst das Geld geht in Verwesung über. Vergiss mein nicht. Wie ist diese Welt so schön, Bruder? Ich muss ein Regenfass voll greinen. Ich wollt. Unsere Nasen wären zwei Bouteille und wir könnten sie uns einander in der Hals gießen. André im Chor. Ein Jäger aus der Pfalz ritt einst durch einen grünen Wald. Hallihallo. Gar lustig ist die Jägerei. All hier auf grüner Heid. Das Jagen ist mein Freud. Wozzeck stellt sich ans Fenster. Marie und der Tambourmajor tanzen vorbei, ohne ihn zu bemerken. Marie im Vorbeitanzen. Immer zu, immer zu. Wozzeck erstickt. Immer zu, immer zu. Fährt heftig auf und sinkt zurück auf die Bank. Immer zu, immer zu. Schlägt die Hände ineinander. Dreht euch, wälzt euch. Warum bläst Gott nicht die Sonnen aus? Dass alles in Unzucht sich übereinander wälzt. Mann und Weib. Mensch und Vieh. Tut's am hellen Tag. Tut's einem auf den Händen. Wie die Mücken. Weib. Das Weib ist heiß. Heiß. Immer zu, immer zu. Fährt auf. Der Kerl. Wie es, wie er an ihr herumtappt. An ihrem Leib. Er, er hat sie, wie ich zu anfangen. Erster Handwerksbursch. Predigt auf dem Tisch. Mensch, jedoch, wenn ein Wanderer, der gelehnt steht an dem Strom der Zeit, oder aber sich die göttliche Weisheit beantwortet und sich anredet, warum ist der Mensch? Warum ist der Mensch? Aber wahrlich, ich sage euch, von was hätte der Landmann, der Weißbinder, der Schuster, der Arzt leben sollen, wenn Gott den Menschen nicht geschaffen hätte? Von was hätte der Schneider leben sollen, wenn er dem Menschen nicht die Empfindung der Scham eingepflanzt? Von was der Soldat, wenn er ihn nicht mit dem Bedürfnis, sich totzuschlagen, ausgerustet hätte? Darum zweifelt nicht. Ja, ja, es ist lieblich und fein. Aber alles Irdische ist eitel. Selbst das Geld geht in Verwesung über. Zum Beschluss, meine geliebten Zuhörer, lasst uns noch übers Kreuz pissen, damit ein Jud stirbt. Zwölf, freies Feld. Woizek, immer zu, immer zu. Still Musik. Reckt sich gegen den Boden. Ha, was, was sagt ihr? Lauter, lauter. Stich, stich, die Zickwölfin tot. Stich, stich, die Zickwölfin tot. Soll ich, muss ich? Hör ich's da auch? Sagt's der Wind auch? Hör ich's, immer, immer zu. Stich, tot, tot. 13. Nacht. Andres und Woizek in einem Bett. Woizek schüttelt Andres. Andres, Andres, ich kann nicht schlafe, wenn ich die Augen zumach. Dreht sich's immer und ich hör die Geigen. Immer zu, immer zu und dann spricht's aus der Wand. Hörst du nix? Andres, ja, lass sie tanze. Gott behüt uns. Amen. Schläft wieder ein. Woizek, es red immer. Stich, stich. Und zieht mir inzwischen den Augen wie ein Messer. Andres, du musst Schnaps trinke und Pulver drin. Das schneit das Fieber. 14. Wirtshaus. Tambour Major. Woizek. Leute. Tambour Major. Ich bin ein Mann, schlägt sich auf die Brust. Ein Mann, sag ich. Wer will was? Wer kein besoffen Herrgott ist, der lass sich von mir. Ich will ihm die Naas ins Arschloch prügeln. Ich will, zu Woizek. Da. Kerl. Sauf. Der Mann muss saufen. Ich wollt, die Welt wär schnaps. Schnaps. Woizek pfeift. Tambour Major. Kerl. Soll ich dir die Zunge aus dem Hals ziehen und sie um den Leib herumwickle? Sie ringen. Woizek verliert. Soll ich dir noch so viel Atem lassen, als in Altweiberfurz? Soll ich? Woizek. Setz dich erschöpft zitternd auf die Bank. Tambour Major. Der Kerl soll dunkelblau pfeifen. Ha. Brandewein. Das ist mein Leben. Brandwein. Gibt Courage. Eine. Der hat sei Fett. Andere. Er blut. Woizek. Eins nach dem anderen. Fünfzehn. Kramladen. Woizek. Der Jude. Woizek. Das Pistolche ist zu teuer. Jud. Nu. Kaufts oder kaufts niet. Was ist? Woizek. Was kostet das Messer? Jud. Es ist ganz. Grad. Wollt ihr euch den Hals mit abschneiden? Nu. Was ist es? Ich geb's euch so wohlfeil wie ein anderer. Ihr sollt euren Tod wohlfeil haben. Aber doch niet umsonst. Was ist es? Er soll nen ökonomischen Tod habe. Woizek. Das kann mehr als Brot schneide. Jud. Zwei Grosche. Woizek. Da. Geht ab. Jud. Da. Als ob's nichts wär. Uns isst doch Geld. Der Hund. 16. Kammer. Marie. Der Narr. Marie. Blättert in der Bibel. Und ist kein Betrug in seinem Munde erfunden. Herr Gott. Herr Gott. Sieh mich nicht an. Blättert weiter. Aber die Pharisäer brachten ein Weib zu ihm. Im Ehebruch begriffen. Und stelleten sie ins Mittel dar. Jesus aber sprach. So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Schlägt die Hände zusammen. Herr Gott. Herr Gott. Ich kann nicht. Herr Gott. Gib mir nur so viel, dass ich beten kann. Das Kind drängt sich an sie. Das Kind gibt mir einen Stich ins Herz. Karl. Das brüst sich in der Sonne. Narr. Liegt und erzählt sich Märchen an den Fingern. Der hat die golden Kronen. Der Herr König. Morgen hole ich der Frau Königin ihr Kind. Blutwurst sagt. Komm Leberwurst. Er nimmt das Kind und wird still. Marie. Der Franz ist nicht gekommen. Gestern niet. Heute niet. Es wird heiß hier. Sie macht das Fenster auf. Und trat hinein zu seinen Füßen und weinete. Und fing an seine Füße zu netzen. Mit Tränen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen. Und küssete seine Füße und salbelte sie mit Salben. Schlägt sich auf die Brust. Alles tot. Heiland. Heiland. Ich möchte dir die Füße salben. 17. Kaserne. Andres. Wojzeck. Kramt in seinen Sachen. Wojzeck. Das Kamisolche, Andres, ist nie zur Montur. Du kannst's brauche, Andres. Das Kreuz ist meiner Schwester. Und das Ringlein. Ich hab auch noch einen Heiligen, zwei Herze und schön Gold. Es lag in meiner Mutterbibel. Und da steht. Leiden sei all mein Gewinst. Leiden sei mein Gottesdienst. Herr, wie dein Leib war rot und wund. So lass mein Herz sein aller Stund. Meine Mutter fühlt nur noch, wenn ihr die Sonne auf die Hände scheint. Das tut nix. Andres, ganz starr, sagt zu allem. Jawohl. Wojzeck zieht dein Papier hervor. Friedrich Johann Franz Wojzeck, Wehrmann, Fusilier im 2. Regiment, 2. Bataillon, 4. Kompanie, geboren Marie für Kündigung. Ich bin heut alt, 30 Jahre, 7 Monate und 12 Tage. Andres. Franz, du kommst ins Lazarett. Armer, du musst Schnapstränke und Pulver drin. Das tötet das Fieber. Wojzeck. Ja, Andres. Wann der Schreiner die Hobelspäen sammlet, es weiß niemand, wer sein Kopf darauf lege wird. 18. Der Hof des Doktors. Studenten unten, der Doktor am Dachfenster. Doktor. Meine Herren, ich bin auf dem Dach wie David, als er die Batzeba sah. Aber ich sehe nichts als die Kult der Paris, der Mädchenpension, im Garten trocken. Meine Herren, wir sind an der wichtigen Frage über das Verhältnis des Subjekts zum Objekt. Wenn wir nur eins von den Dingen nehmen, worin sich die organische Selbstaffirmation des Göttlichen auf einem so hohen Standpunkte manifestiert und ihr Verhältnis zum Raum, zur Erde, zum planetarischen Untersuchen, meine Herren. Wenn ich diese Katze zum Fenster hinauswerfe, wie wird diese Wesenheit sich zum Zentrum Gravitationes und dem eigenen Instinkt verhalten? Hey, Wojzeck, brüllt. Wojzeck. Wojzeck. Herr Doktor, sie beißt. Doktor. Kerl, er greift die Bestie so zärtlich an, als wär's seine Großmutter. Wojzeck. Hey, Doktor, ich hab's zittern. Doktor, ganz erfreut. Ei, ei, schön, Wojzeck. Reibt sich die Hände. Er nimmt die Katze. Was sehe ich, meine Herren? Die neue Spezies Hasenlaus. Eine schöne Spezies. Er zieht eine Lupe heraus. Meine Herren, die Katze läuft fort. Meine Herren, das Tier hat keinen wissenschaftlichen Instinkt. Meine Herren, Sie können dafür was anderes sehen. Sehen Sie, der Mensch. Seit einem Vierteljahr ist er nichts als Erbsen. Beachten Sie die Wirkung. Fühlen Sie einmal, was ein ungleicher Puls da und die Augen. Wojzeck. Herr Doktor, es wird mir dunkel. Er setzt sich. Doktor. Courage. Wojzeck. Noch ein paar Tage und dann ist's fertig. Fühlen Sie, meine Herren, fühlen Sie. Sie betasten ihm Schläfe, Puls und Busen. Apropos, Wojzeck. Bewegt den Herrn doch einmal die Ohren. Ich habe es Ihnen schon zeigen wollen. Zwei Muskeln sind bei ihm tätig. Allons. Frisch. Wojzeck. Ach, Herr Doktor. Doktor. Bestie. Soll ich dir die Ohren bewegen? Willst du's machen wie die Katze? So, meine Herren. Das sind so Übergänge zum Esel. Häufig auch infolge weiblicher Erziehung und die Muttersprache. Wie viel Haare hat er die Mutter zum Andenken schon ausgerissen aus Zärtlichkeit? Sie sind dir ja ganz dünn geworden seit ein paar Tagen. Ja, die Erbsen, meine Herren. 19. Marie mit Mädchen vor der Haustür. Mädchen, wie scheint die Sonne, Sankt Lichtmesttag? Und steht das Korn im Blühen? Sie gingen wohl die Straßen hin. Sie gingen zu zwei und zu zweien. Die Pfeifer gingen vorn. Die Geiger hinterein. Sie hatte rote Sock. Erstes Kind. Es ist nicht schön. Zweites Kind. Was willst du auch immer? Drittes Kind. Was hast du erst angefangen? Zweites Kind. Warum? Erstes Kind. Darum. Zweites Kind. Aber warum darum? Drittes Kind. Es muss singen. Sieht sich fragend im Kreise um und zeigt auf das erste Kind. Erstes Kind. Ich kann nicht. Alle Kinder. Marieche, sing du uns. Marie. Kommt ihr Kleid krabben. Ringel, Ringel, Rosenkranz. König Herodes. Großmutter, erzähl. Großmutter. Es war einmal ein arm Kind und hat kein Vater und keine Mutter. War alles tot und war niemand mehr auf der Welt. Alles tot und es ist hingegangen und hat grein Tag und Nacht. Und weil auf der Erde niemand mehr war, wollte es in den Himmel gehen und der Mond guckt es so freundlich an. Und wie es endlich zum Mond kam, war es ein Stück faul Holz. Und da ist es zur Sonne gegangen. Und wie es zur Sonne kam, war es ein verreckt Sonneblumen. Und wie es zu den Sterne kam, waren es kleigolde Myk. Die waren angesteckt, wie der Neuntöter sie auf die Schlees steckt und wie es wieder auf die Erde wollte. War die Erd ein umgestürzter Hafen und war ganz allein. Und da hat es sich hingesetzt und geweint. Und da sitzt es noch und ist ganz allein. Wozzeck. Marie. Marie erschreckt. Was ist? Wozzeck. Marie, wir wollen gehen. Es ist Zeit. Marie. Wohinaus? Wozzeck. Weiß ich's? Zwanzig. Abend. Die Stadt in der Ferne. Marie und Wozzeck. Marie. Also dort hinaus ist die Stadt. Es ist finster. Wozzeck. Du sollst noch bleiben. Komm, setz dich. Marie. Aber ich muss fort. Wozzeck. Du wirst dir die Füße nicht wund laufen. Marie. Wie bist du nur auch? Wozzeck. Weißt du auch, wie lang es just ist, Marie? Marie. An Pfingsten zwei Jahre. Wozzeck. Weißt du auch, wie lang es noch sein wird? Marie. Ich muss fort. Das Nachtessen richten. Wozzeck. Friert's dich, Marie? Und doch bist du warm. Was du heiße Lippen hast. Heiß, heiß. Hurenatem. Und doch möchte ich den Himmel geben, sie noch einmal zu küssen. Und wenn man kalt ist, so friert man nicht mehr. Du wirst vom Morgentau nicht frieren. Marie. Was sagst du? Wozzeck. Nix. Schweigen. Marie. Was der Mondrot aufgeht. Wozzeck. Wie ein blutig Eisen. Marie. Was hast du vor? Franz. Du bist so blass. Er zieht das Messer. Franz, halt. Um des Himmels willen. Für Hilfe. Wozzeck. Nimm das und das. Kannst du nicht sterben? So, so. Ha. Sie zuckt noch. Noch nicht? Noch nicht? Immer noch? Stößt zu. Bist du tot? Tot. Tot. Es kommen Leute. Läuft weg. 21. Es kommen Leute. Erste Person. Halt. Zweite Person. Hörst du? Still. Da. Erste Person. Uh. Da. Was ein Ton. Zweite Person. Es ist das Wasser. Es ruft. Schon lang ist niemand ertrunken. Fort. Es ist nicht gut, es zu hören. Erste Person. Uh, jetzt wieder. Wie ein Mensch, der stirbt. Zweite Person. Es ist unheimlich. So dunstig. Allenthalb. Nebel. Grau. Und das Summen der Käfer wie gesprungene Glocken. Fort. Erste Person. Nein. Zu deutlich. Zu laut. Da hinauf. Komm mit. 22. Das Wirtshaus. Wozzeck. Tanzt alle. Immer zu. Immer zu. Schwitzt und stinkt. Er holt euch doch einmal alle. Singt. Frau Wirtin hat ne brave Magd. Sie sitzt im Garten Tag und Nacht. Sie sitzt in ihrem Garten. Bis dass das Glöcklein zwölf schlägt und passt auf die Soldaten. Er tanzt. So Käthe. Setz dich. Ich hab heiß. Heiß. Er zieht den Rock aus. Es ist einmal so. Der Teufel holt die eine und lässt die andere laufen. Käthe, du bist heiß. Warum denn? Käthe. Du wirst auch noch kalt werden. Sei vernünftig. Kannst du nicht singen? Käthe. Tanzt. Ins Schwabeland. Das mag ich nicht. Und lange Kleider trage ich nicht. Denn lange Kleider, spitze Schuh, die kommen keiner Dienstmarkt zu. Wozzeck. Nein, keine Schuh. Man kann auch ohne Schuh in die Hölle gehen. Käthe. Tanzt. Oh Pfui. Mein Schatz, das war nicht fein. Behalt Dei Thaler und schlaf allein. Wozzeck. Ja, wahrhaftig. Ich möchte mich nicht blutig machen. Käthe. Aber was hast du an deiner Hand? Wozzeck. Ich? Ich? Käthe. Rot. Blut. Es stellen sich Leute um sie. Wozzeck. Blut? Blut. Wirt. Uh, Blut. Wozzeck. Ich glaub, ich hab mich geschnitten. Da an der rechten Hand. Wirt. Wie kommt's aber an den Ellbogen? Wozzeck. Ich hab's abgewischt. Wirt. Was mit der rechten Hand an den rechten Ellbogen? Ihr seid geschickt. Na. Und da hat der Ries gesagt. Ich riech, ich riech. Ich riech Menschenfleisch. Puh, das stinkt schon. Wozzeck. Teufel, was wollt ihr? Was geht's euch an? Platz. Oder der erste. Teufel. Meint ihr, ich hätt jemanden umgebracht? Bin ich Mörder? Was gafft ihr? Guckt euch selbst an. Platz da. Er läuft hinaus. 23. Abend. Die Stadt in der Ferne. Wozzeck allein. Das Messer? Wo ist das Messer? Ich hab es da gelassen. Es verrät mich. Näher. Noch näher. Was ist das für ein Platz? Was hör ich? Es rührt sich was. Still. Da in der Nähe. Marie? Ha, Marie. Still. Alles still. Was bist du so bleich, Marie? Was hast du eine rote Schnur um den Hals? Bei wem hast du das Halsband verdient? Mit deinen Sünden. Du warst schwarz davon. Schwarz. Hab ich dich jetzt gebleicht? Was hänge die schwarze Haare so wild? Hast du die Zöpfe heut nicht geflochten? Da liegt was. Kalt. Nass. Stille. Weg von dem Platz. Das Messer. Das Messer. Hab ich's? So. Leute. Dort. Er läuft weg. 24. Wozzeck an einem Teich. So. Da hinunter. Er wirft das Messer hinein. Es taucht in das dunkle Wasser wie ein Stein. Der Mond ist wie ein blutig Eisen. Will denn die ganze Welt es ausplaudern? Nein, es liegt zu weit vorn. Wenn sie sich baden. Er geht in den Teich und wirft weit. So. Jetzt. Aber im Sommer, wenn sie tauchen, nach Muscheln. Bah. Es wird rostig. Wer kann's erkennen? Hätte ich es zerbrochen? Bin ich noch blutig? Ich muss mich waschen. Da ein Fleck. Und da noch einer. 25. Straße. Kinder. Erstes Kind. Fort, Mariechen. Zweites Kind. Was ist? Erstes Kind. Weißt du's nicht? Die sind schon alle hinaus. Draus liegt eine. Zweites Kind. Wo? Erstes Kind. Links über die Lochschanz in dem Wäldchen am Roten Kreuz. Zweites Kind. Fort, dass wir noch was sehen. Sie tragen's sonst hinein. 26. Gerichtsdiener. Arzt. Richter. Gerichtsdiener. Ein guter Mord. Ein echter Mord. Ein schöner Mord. So schön, als man ihn nur verlangen tun kann. Wir haben schon lange so keinen gehabt. 27. Der Idiot. Das Kind. Woizek. Karl. Hält das Kind vor sich auf dem Schoß. Der ist ins Wasser gefallen. Der ist ins Wasser gefallen. Wie? Der ist ins Wasser gefallen. Woizek. Bub. Christian. Karl. Sieht ihn starr an. Der ist ins Wasser gefallen. Woizek. Will das Kind liebkosen. Es wendet sich weg und schreit. Herrgott. Karl. Der ist ins Wasser gefallen. Woizek. Christianche. Du bekommst ein Reuter. Sasa. Das Kind wehrt sich. Zu Karl. Da. Kauf dem Bub ein Reuter. Karl. Sieht ihn starr an. Woizek. Hopp, hopp, Ross. Karl. Jauchzend. Hopp, hopp, Ross, Ross. Läuft mit dem Kind weg. Jauchzend. 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 Vielen Dank.